Verschissene Baumschmuse. Guck sie dir an. Und da läuft sie so ganz wichtig rum. Ich muss den Baum klopfen. Hey Kinder, I can't see you. Da ist er doch. Hey. Mensch, was geht denn bei euch ab? Junge, ha? Man wird nicht jünger. Mit der Zeit wird man einfach nicht jünger. Willkommen zu einem weiteren Cock-Update. Ähm, ich muss mal kurz meine Ressourcen einsammeln. Ja, Ressourcen. Oh Leute, in 2 Stunden und 43 Min ist mein Rathaus auf Level 6. Mhm. Und dann kann ich ganz viele tolle Sachen bauen. Oh, du bist in 3 Minuten fertig, Humongolo. Ich meine natürlich Günther. Hey. Direkt hier die Frage, wer macht beim nächsten Clan-War mit? Bitte meldet euch hier unter dem Video. Wichtig, nicht irgendwie einen Cock schreiben. Soweit so gut. Ich glaube, wir haben keinen Platz mehr frei. Vor allem haben wir wieder einen Platz frei. Ich wollte noch schnell jemanden attackieren und mir hier diesen Bonus für heute holen. Jetzt ist halt die Frage, bin ich gut oder bin ich gut? Und darauf ist die einzig richtige Antwort, ich bin scheiße gut. Von daher, BAM. Oder soll ich mal wieder so Kobold, du Humongolos angreifende Danny-Boy? Guck mal, mir fehlt das ja auch noch. Da fehlt mir noch ein Stern. Nee, 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 nee. Hör mal auf, um meine Nase zu bohren. Das ist ja widerlich, Mann. Übrigens hat er das Skin-Giv-Away gesehen. Oh, 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 reingucken. Skins abstauben, hallo. See you, go. Nee? Mm-mm. Ja. Der arme Knilch. Ich werde ihn zerfisten. So, was haben wir denn hier? Ist nichts außenrum? Und dann brauche ich aber nicht mein Potion, oder? Nee. Nee. Ich werde einfach jetzt volle Lotte hier reingehen mit de Bongos. Oh nein, er hat Verteidigungspenisse. Tja, da kenne ich nichts. Ich mache jetzt folgende. Oh Gott, es ist laut. Ich muss voll schreien. Es war ein bisschen schwach. Es war ein bisschen schwach hier gerade, Leute. Die ganze Geschichte. Ich habe alles gesponnt, was ich habe. Einfach so aus Panik, weißt du? Kennst du? Wenn vor der plötzlich jemand auf die Straße leut, machst du auch. Und so habe ich gerade eben hier an der Maushalte hantiert. Ich liege jetzt praktisch im Graben. Der gesamte Angriff liegt im Graben. Naja, egal. Immerhin geht der Angriff dann schnell, oder? So fürs Video ist es nicht schlecht. Aber den Rest kann man trotzdem ein bisschen vorspulen, oder? Also, das ist ja. 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 Und schon habe ich gewonnen. Vorspulen sei Dank. Manchmal muss man auch, man muss es halt einfach... Ja, Sternebonus. Ich weiß. Oh, Leute. Riecht ihr das auch? Ich glaube, irgendwas brennt. Moment mal. Ja. Alles gut. Alles gut. Leute. Mütter Herd. Ich denke mir immer, ich mache die Pizza jetzt rein. Ich mache die Pfanne jetzt an. Ich stelle jetzt auf 5 Minuten bei der Mikrowelle. Ich zünde jetzt ganz kurz meinen Hasen an. Nee, hey, wow. Keine Tequellerei. Ich zünde ganz kurz meine Schwester an. Wow. Und dann hacke ich mich kurz hin und nehme auf. Und dann? Was ist dann? Benz. Na, jetzt haben wir angegriffen. Und was haben wir jetzt davon gehabt? Für Tollisupp? Nix. Warte mal kurz. Warte mal. Oh. Oh. Ja, komm. Ich level halt jetzt noch die Butze hier auf. So. Und dann mache ich noch mit dem Restgeld Humongolus. Tja, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nein. Ah, ich habe ein... Nein. Ich will den Baum abreißen. Ich will den Baum abreißen. Ich will jetzt die ganzen Frauen da hochgehen und den Baum irgendwie streicheln. Das macht er einfach nicht. Wenn man so eine richtig wohlerzogene Frau ist. Ja, da macht man... Da geht man nicht einfach die Bäume streicheln. Verschissene Baumschmuse. Guck sie dir. Wieso, man, dass ihr einfach davonlaufen könnt, aber ich scrolle immer weiter in sie rein. Oh nein. Der Herrscher sieht mich. Ich spring mal eben über die Mauer, weil ich irgendwie eine Überfrau bin. Jetzt glattst du gegen meine Goldreserven. What the fuck? Guck wie sie macht. Wie viel ist da drin? Hahaha, du Wichser. Bist du behindert? Geh mal ins Haus. Ja, der Willi vorhin hat es eine Folge geschlagen. Hast du gesehen? Bam. Dieses Treiben hat ein Ende, Fräulein. Deinen Baum werde ich in der nächsten Folge abreißen. Du verschissene Kuh. Sie meint, ich erkenne sie nicht unter den ganzen Frauen, aber das ist sie. Das ist sie. Siehst du das? Das sehe ich an dem Mantel, den sie anhat. Hinten diese Decke. Oder wie Frauen sagen, Poncho. Diese kaputte Decke mit dem Loch drin. Das ist sie. Das ist die Frau. Guck mal, die ist sogar als letztes, die geht als letztes erst wieder los. Die bespricht sich mit denen. Achtung. Hey, wir greifen heute an. Deswegen ist an der Ort mein Gold leer. Ich denke immer, wenn wir mich Spiele angreifen, mich greifen meine Weiber an, die hier rumlaufen. Also die eine. Der rechts ist ultra nett. Jetzt klaut sie noch Fleisch, oder? Ich raste aus. Guck mal, wieso sie sich hinstellen? Jetzt könnte sie nichts tun. Und da läuft sie so ganz wichtig rum. Ich muss den Baum klopfen. Nee, du klaust irgendwas. Die nimmt Geld aus dem Ding raus, aus dem Lager und schon stopft sie in den Baum. Oh, das ist ihre Informantin. Guck mal, was sie machen. Ja, wir haben schon so viel Geld. Das langt mal jetzt. Auf jeden Fall, da oben nach oben geben. Ist klar. Weil, also, alle, die, weil, sonst klauen eure Frauen auch Geld. Einen Cock. Oder sie klauen euren... Mensch, hey, Kinas, oder? Ist das ein schöner Tag? Ich müsste eigentlich... Oh, das sieht voll nach Regen aus. Auf einmal greifen, was auch sauschön. Da hinten im Fenster regnet da. Mit der rechten Hand. Right day. Die Nachbarn denken auch, was macht denn der? Warum zeigt denn der auf mich? Will der mein Geld klauen? Ich hab aufs Ding gespuckt, sorry. Wenn man das macht, merkt man, dass man sich wieder rasieren muss. Das kratzt voll so. Das hört sich nicht gut, oh. Das hört sich gerade mal, ich bin ganz ehrlich. Nicht gut, oh. Könnte Krebs sein. Oder schwanger. Oder Schlimmeres. Alle Haupt, genau. Geld, ich kann jetzt nicht mehr, Mann. Wenn ich hier anfange, so oft, ob ich hier nicht zu spielen und nur rumzudödeln, ja, dann bekomme ich einen Hirnschlag, ihr bekommt einen Hirnschlag, wir alle haben Hirnschläge. Und es ist nicht gut. Okay? Allaub. Also vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst bloß den Daumen nach oben nicht mit den ganzen Hirnschlägen. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.